Südklang TV aus Liebe zur Volksmusik Das ist ein Sonden-RJB-Südklang-Weihnachtspaket Den musst du jetzt anschauen Sehen Sie das, was Sie jetzt da sehen Das braucht jeder Harmonikaspieler in der Advents- und Weihnachtszeit Zwei Flaschen Blaufränkisch, eine Wurst aus Untersteiermark und ein Stick dazu Alles schön eingepackt, sehen Sie das, drin in wunderschöner Weihnachtsschachtel Aber wissen Sie, was auf den Stick drauf ist? Es geht um Folgendes Ihr sitzt zu Hause in Adventszeit und ihr nehmt steirische Harmonika in der Hand Stick für alle GCFB-Spieler Und da könnt ihr ja drei wunderschöne Lieder spielen Wurst aus Untersteiermark essen und Blaufränkisch auch aus Untersteiermark Wie gesagt, das ist was Besonderes jetzt in der Adventszeit Und weil ich die Schulung bei der René-Knoppen habe für steirische Harmonika Kann ich jetzt schon nach dem einem Jahr super spielen, muss ich ehrlich sagen Ich habe bei René Bar Seminare gemacht Und das muss jetzt hören, alles was auf den Stick ist Freilich in der Weihnachtszeit, Adventszeit ist ganz wichtig Stille Nacht, Heilige Nacht zu spielen Und wisst ihr, was René vorbereitet hat? Da habt ihr mit Begleitung Da könnt ihr mit Begleitung endlich richtig dieses Lied spielen Und wie das klingt, zeige ich jetzt euch Weil ich habe mir jetzt schon das gelernt Warten Sie ein bisschen Ganz kurz Und los geht's Und los geht's Und so weiter und so weiter Da haben Sie drei Strophenstile nach Heilige Nacht mit Begleitung Auf den Stick drauf, meine Lieben Sehen Sie den Stick Ist nicht nur dieses Lied und Begleitung Und da sind auch Lernvideos Sie können auch lernen Da können Sie sich anschauen, wie der René das gespielt hat Und freilich vorher am besten ein Glas Wein trinken Und ein bisschen Wurst essen Und dann geht es noch besser Auf diesen Stick drauf Sollen auch andere Lieder In die ich zeige ich euch jetzt das an die Lieder Und zwar Das kennt ihr sicher Das muss ich jetzt vorspielen Schauen Sie das jetzt an Wie das geil klingt Mit Begleitung In Studio gemacht Und dann geht's Und dann geht's Und so weiter und so weiter Gewaltig Und da sind auch Lernvideos dabei Und wie gesagt Das ist nicht nur zum Spülen Das ist auch zum Genießen Ihr habt den wunderschönen und gut Ich kann gar nicht erklären Wie dieses Wurst gewaltig schmeckt Das muss dann jeder von euch probieren Und diesen Blaufregn Das ist der Natur Antibiotika Aber nur zwei Glas pro Tag Nicht der ganze Liter Und jetzt ganz am Schluss Wir haben noch ein Lied Quasi René hat noch ein Lied Für euch vorbereitet Und das kennt ihr sicher Aber das ist nicht nur mit Gitarre und Bass Das ist auch mit Schlagzeug Und E-Gitarre Das hat ihr schon richtige Schlage spielt Auf der steinischen Harmonika Und das muss jetzt hören Feliz Navidad Das kennt ihr sicher Aber das klingt gewaltig Pass jetzt auf Los geht's 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 Musik Und so weiter und so weiter, meine Lieben, auf alle Fälle, noch einmal, Sie haben so auf einen Stick jetzt Sonderangebot in der Advents- und Weihnachtszeit von R.J.B. Südklang, zwei Flauschen Blaufränkisch, dann haben Sie ein Wurst dabei aus Untersteuermarkt, schön eingepackt in so eine Schachtel und ein Stick und auf dem Stick drauf habt Sie ja Stille Nacht, Heilige Nacht, Jingle Bands und noch Feliz Navidad und da habt ihr auch da drauf, meine Lieben, haben Sie auch quasi Lernvideos, dann haben Sie Trio-Begleitung, ohne steirische Trio-Begleitung, mit steirischer, auf alle Fälle, das muss ich ja haben. Ja, und weil ich dem René ein bisschen hilfe und weil der René auch der Tochter hilft, weil der muss ein neues Auto kaufen, da könnt ihr, wenn ihr wollt, da die Spende auf diesen Konto überweisen oder ganz einfach diesen Paket kaufen, das kriegen Sie alles für 79,90 Euro, meine Lieben und plus Versand, freilich ist ja klar und wie gesagt, oder ganz einfach da auf die Spenden oder diesen Stick kaufen, spielt es ihr steilisch oder nicht, das muss ihr haben. So, Heilige Nikolaus, muss ich jetzt verabschieden, weil ich habe viel Arbeit, ich habe diese Woche so viel Arbeit, ich habe mich ganzes Jahr auf diese Woche vorbereitet, kauft einfach diesen Stick bei RJP Südkland, über E-Mail-Adresse einfach bestellen, E-Mail-Adresse ist am besten. Und wichtig ist, alle, die das fleißig gewesen sind, die würde ich alle besuchen, die das nicht so fleißig gewesen sind, bei Proben und Spielen von steirischer Harmonika, Soll ich den Teufel schicken oder an Krampus oder, na, mach ich nicht. Nächstes Jahr wird besser sein, aber ihr braucht ein bisschen Energie und die Energie, meine Lieben, kriegt sie ja durch die Blaufränkische und diesen Wurscht. Schauen Sie nochmal an, schauen Sie nochmal an, schauen Sie nochmal an, es ist gewaltige Wurscht, meine Lieben, gewaltige Wurscht, das muss ich probieren und haben. Wie gesagt, für 99 Euro, wunderschöne Weihnachtsgeschenk für euch, es ist wunderschön. Bleibt gesund und so wie der René immer sagt, RJP Südklang, mach euer Geist und Seele frei. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Euer heiliger Nikolaus.